Meine Verbindung zur Royal Family ist eigentlich eine traurige, eine etwas verrückte. Ich war mal glühender Golffan und habe nahezu fanatisch professionelle Golf-Turniere als Zuschauer besucht. So auch im Jahre 1997 das Challenge-Turnier Steel Cover Dutch Challenge bei Rotterdam auf dem Brugpolder Golf Club. 31. August 1997, ich laufe über den Golfplatz und dann kommt die Nachricht vom Tod von Diana und alles war anders. Vorher hatte ich mich nie mit ihr beschäftigt, aber ich kann mich jetzt noch genau erinnern, wie man plötzlich innehielt, ich auch, und nachdachte, das ist ja ein Zeitenbruch und ich kann mich genau an diesen Moment erinnern. Das ist irgendwie magisch, irgendwie erschreckend, aber ich werde es nie vergessen. 1997, 31. August, Tod von Diana und ich beim Golf-Turniere.